Moin und herzlich Willkommen zu Jörn Schaars Feinem Podcast Episode 154. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Es ist endlich passiert. Die Campingsaison ist auch bei uns eröffnet. Meine Frau und ich waren von Sonntag bis Sonntag mit dem Wohnwagen unterwegs. Wir waren in Drochtersen auf der Ferieninsel Krautsand, wobei das Wort Insel eher, ich will nicht sagen irreführend ist, aber man denkt, dass man auf eine Insel fährt und dann kommt man da an und denkt sich so, so richtig inselig ist das hier alles nicht. Stellt sich raus, also es war wohl mal eine Halbinsel und jetzt ist das alles irgendwie, was weiß ich. Also auf jeden Fall heißt es heute immer noch Ferieninsel. Wir waren im Campingplatz am Leuchtturm. Wie der Name schon sagt, steht da ein auffälliger rot-weiß gestreifter Turm, wo es oben blinkt. Und da haben wir unser Quartier bezogen. Das ist einer von zwei Campingplätzen in dem Ort. Und ja, also da waren wir grundsätzlich eigentlich auch schon sehr zufrieden mit. Ich fange mal mit der Anreise an. Ich habe Sonntagmorgen noch gearbeitet bis um 12, bin dann einen kleinen Schlenker gefahren zu unserer Wohnwagenhalle in der Nähe von Rendsburg. Habe den Wohnwagen abgeholt, das hat auch super geklappt. Da einmal nur kurz Bescheid gesagt haben, haben sie das Tor schon aufgehabt und ich konnte im Prinzip sofort reinfahren, den Wohnwagen anhängen, Reise fertig machen und los. Also ist ja immer, also der Kühlschrank steht bei uns natürlich immer offen, um Schimmel vorzubeugen. Und dann haben wir auch die Polster, stelle ich dann immer so ein bisschen auf, dass da sich auch keine Feuchtigkeit drunter sammeln kann. Gerade bei dem Teil des Wohnwagens, den wir eigentlich fast ausschließlich als Bett benutzen, da bauen wir gar nicht mehr die Sitzecke um. Also unser Wohnwagen ist so alt, dass es noch kein festes Bett gibt in dem Ding, was ich auch persönlich sehr schön finde. Ja, diese Polster, die stelle ich halt immer auf und dann gucke ich dann immer, dass da nichts mehr rumfliegen kann, dass da alles einigermaßen fest ist, die Kühlschranktür zu ist und so weiter und so fort. Und dann geht es eigentlich los. Die eine Stütze, die ich immer runterkurbel, falls ich mal rein muss, die drehe ich dann noch hoch und dann anhängen, abfahren. Erstmal nach Husum in dem Fall. Da hatte meine Frau schon eine Menge vorgepackt. Wir haben dann ganz in Ruhe unsere Klamotten und alles, was wir so mitnehmen wollten, in den Wohnwagen und ins Auto geladen. Und sind dann, ja ein kleines bisschen später als ursprünglich geplant, sind wir losgekommen. Ich hatte so angepeilt, um drei loszufahren. Im Endeffekt war es dann, was weiß ich, halb vier, Viertel vor vier oder was, also nicht der Rede wert. Und sind dann erstmal sehr gemütlich nach Glückstadt runter, weil Drochtersen von uns aus gesehen auf der anderen Elbseite liegt. Und gar nicht mal so weit weg von Wischhafen, wo die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen ihre niedersächsische Station hat. Und dementsprechend sind wir also zur Elbfähre gefahren, hatten großes Glück. Wir konnten also ohne Wartezeit direkt auf die Fähre, haben, ich glaube, 23 Euro bezahlt und waren 20 Minuten später auf der niedersächsischen Seite. Auf der Fähre gibt es unten so ein kleines Bistro. Da gibt es aber nichts für Vegetarier, also nichts Warmes zumindest oder nichts, also es gibt da Süßkram und Eis und sowas. Das können Vegetarier natürlich gut essen. Aber wenn du was Richtiges in Anführungszeichen essen möchtest, dann bist du da falsch. Die haben noch nicht mal Kartoffelsalat, sie haben entweder Bockwurst oder Frikadelle. Und das war's. Ja, ich habe dann anderthalb Bockwürstchen gegessen. Die letzte Hälfte meiner zweiten Wurst habe ich dann mit dem Hund geteilt, sprich ihr gegeben. Und dann haben wir uns noch ein bisschen die Beine vertreten. Es war aber eher ungemütlich vom Wetter her. Dann sind wir los, haben uns wieder ins Auto gesetzt und dann war es auch schon Zeit, wieder runterzufahren. Die Anfahrt auf den Campingplatz, da haben wir eher aufs Navi vertraut, dass irgendwann sagte, hier müsst ihr rechts abbiegen. Da stand zwar ein Schild Campingplatz und überhaupt Krautsand über Drochtersen anfahren, aber es war nicht verboten, da durchzufahren. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann los. Und sind dann eine sehr schmale, buckelige Piste längs gefahren, wo auf der Gegenfahrbahn immer so Ausweichbuchten waren. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Der Gegenverkehr hat sich auch völlig klaglos in sein Schicksal ergeben und hat dann immer in diese Buchten gesteuert. Wir hatten keine, ich konnte gar nicht ausweichen, selbst wenn ich gewollt hätte. Und dann, da darf man auch nur 30 fahren, also das war alles ein bisschen abenteuerlich. Aber da waren wir relativ schnell dann an dem Campingplatz und es war dann schon, was weiß ich, halb sieben oder so. Kurz nach sechs, halb sieben wird es gewesen sein. Und da war die Rezeption schon zu, obwohl sie uns vorher geschrieben hatten, so bis 20 Uhr sei jemand da. Wie sich rausstellte, war dann an dem Tag das Osterfeuer. Und da war dann das gesamte Campingplatz-Team dort mit dem Catering beschäftigt. Also es gab Erbsensuppe und Wurst und wieder nichts für Vegetarier. Wir haben von dort dann relativ, also die haben dann relativ unkompliziert uns einen Platz zugewiesen. Ja, hier könnt ihr euch hinstellen. Stromkasten ist offen, hängt euch einfach dran, ist sowieso pauschal. Und mit dem Anmelden, das machen wir dann morgen. Das war schon mal gut. Wir haben dann den Wohnwagen erstmal so auf Anweisungen in die Lücke gestellt. Und ich wollte ihn dann am nächsten Tag, habe ich gesagt, komm, ausrichten, machen wir morgen. Jetzt ist erstmal Feierabend und Ankommen. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Und standen wir erstmal da, war dann auch alles kein Problem. Haben uns da soweit eingerichtet und das war alles schicko. Haben dann so ein bisschen den Platz erkundet. Also die Lage, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt. Da Drochtersen, das ist von Hamburg ungefähr anderthalb Stunden entfernt. Und von uns etwas mehr als zwei. Also ganz entspannt. Direkt am Elbdeich gelegen, der Platz. Also wir waren so im hintersten Eck. Also viel weiter weg vom Deich konnte man nicht stehen als bei uns. Aber das war halt die Ecke, wo die Tagesgäste mit Hund alle hin mussten. Und deswegen konnten wir uns da nicht wirklich was aussuchen. Und wir waren dann, am nächsten Tag sind wir mal losgegangen und haben uns da am Strand rumgetrieben. Also wirklich sieben Minuten, vielleicht zehn, waren wir am Hundestrand direkt an der Elbe. Und das war richtig cool. Der Platz selber hat an der Rezeption noch einen kleinen Laden, wo man so das Nötigste bekommt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Spülmittel vergessen hat oder verbummelt hat, dann kann man da noch was kaufen. Es gibt da Bier und Wurst und Käse und man kann da Brötchen bestellen und lauter Tügelkram. Auch ein bisschen Dosenfutter und sowas. Dann gibt es ein Restaurant, wo wir auch waren. Das ist auch, die machen richtig gutes Essen zum Oberfeuer. Sehr freundlich, angenehme Preise, wirklich gut. Ja, Sanitärhäuser, also Toilette, Dusche, Dusche ist kostenlos. Alles sehr sauber. Toiletten sind auch gerade relativ frisch renoviert, hatte ich den Eindruck. Das sieht also alles noch sehr neu aus. Bei den Duschen eigentlich auch. Das ist alles top in Ordnung. Das ist immer so ein Nachteil in Anführungszeichen. Ich finde es nicht so schön, wenn da ein fest installierter Duschhahn in der Decke hängt, dass man den nicht in die Hand nehmen kann. Fand ich nicht so cool. Duschen sind kostenlos, hatte ich glaube ich schon gesagt. Und man muss halt immer auf den Wasserhahn draufdrücken, damit das Wasser angeht. Und dann bleibt es halt irgendwo zwischen 5 und 30 Sekunden an. Das ist so ein bisschen lästig. Aber ging alles. Ja. Was ich ein bisschen als Minus empfunden habe, war die Gelegenheit, die Abwaschgelegenheit. Das sind nämlich einfach sechs Waschbecken unter so einem Dach draußen. Das heißt immer, wenn es so ein bisschen windig war, dann, ja, also das, unser, das, das Abwaschwasser war sehr schnell, sehr kalt. Und der, der Wasserstrahl aus dem Hahn ist dann auch gerne mal so ein bisschen verweht worden. Da kann man sich auch schön einsauen. Und es gab keine Stopfen in den Waschbecken. Das war ein bisschen schade. Da musste man doch mehr improvisieren, als ich gedacht hätte. Denn wir haben dummerweise die Schüssel, in der wir meistens abwaschen, irgendwie zu Hause vergessen. Und ich weiß gar nicht, warum die aus dem Wohnwagen rausgekommen ist. Beziehungsweise warum sie nicht wieder reingekommen ist, nachdem wir sie letztes Mal offenbar rausgetan haben. Ja, also das fand ich persönlich nicht so schick. Auch, dass es keinen WLAN gab, war für mein Datenvolumen dann doch eher abträglich. Aber, wie gesagt, will ich alles nicht, nicht, das ist alles kein Grund zu meckern. Im Endeffekt haben wir 25 Euro pro Nacht bezahlt, inklusive Strom, inklusive Hund, zwei Erwachsene mit Wohnwagen und allem Schnick und Schnack. Da gab es also auch überhaupt nichts zu meckern. Wir sind, wie gesagt, ein bisschen essen gegangen. Wir waren in dem Restaurant direkt am Platz, am Oberfeuer. Die haben sehr gute Käsespätzle. Also wahrscheinlich, wenn jetzt zufällig jemand aus dem Allgäu zuhören würde, dann werden da sicherlich jetzt gerade die Ohren gespätzt. Also die Spätzle sind definitiv nicht selbst gemacht und obendrauf sind Röstzwiebeln aus dem Becher. Das ist natürlich auch nicht so richtig die reine Lehre, aber insgesamt hat es sehr, sehr gut geschmeckt. Die haben einen ordentlichen Käse da verwendet, beziehungsweise vermutlich ja mindestens zwei, wie sich das gehört. Eine richtig gute Portion. Also ich bin ja nun wirklich bekanntlich ein sehr guter Esser und ich habe an einer Portion zu kämpfen gehabt. Ich habe ein bisschen was übrig gelassen. Das war doch sehr, sehr mächtig. Ja, und das war völlig okay. Dessert machen sie ganz Fantastisches. So eine Schokotarte mit Vanilleeis und heißen Kirschen. Das war richtig lecker. Und das haben wir sehr genossen. Ein paar hundert Meter weiter ist noch ein Hotel. In der Nähe des anderen Campingplatzes übrigens. Wirklich auch direkt am Deich. Und da ist auch ein Restaurant drin. Sehr schick. Und dementsprechend natürlich dann auch die Preise. Da hatte ich Lapskaus. Gefühlt eine halbe Portion. Aber für etwas mehr als das, was ich hier in Husum an der Hafenkante bezahle. Auch lecker und auch in Ordnung. Und auch dem Haus und der Lage angemessene Preise. Und die anderen waren auch alle sehr zufrieden. Meine Schwiegerelter waren in einem Abend noch da. Da sind wir mit denen da hingegangen, weil das Restaurant am Platz dazu hatte. Und da haben wir schnell eine Ausweichmöglichkeit gebraucht. Und das Essen war eigentlich top in Ordnung. War für meinen Begriff ein Ticken zu teuer. Aber irgendwas ist ja immer und im Urlaub ist es ja auch nicht so eng. Ansonsten haben wir nicht allzu viel gemacht. Außer uns einen Heizlüfter gekauft, weil uns nämlich die Heizung im Wohnwagen ausgefallen ist. Und zwar in der Nacht oder ja genau, wir sind ja Ostersonntag angekommen. Da war noch alles super. Und wir haben schon immer, seitdem wir den Wohnwagen haben, das ist ja ein ziemlich altes Modell, schon immer das Problem gehabt, dass die Heizung nicht ganz so zuverlässig gezündet hat. Also dass man halt einfach ein bisschen häufiger mal auf den Zündknopf drücken muss. Und das ist so ein Piezo-Zünder. Also wirklich noch echt alt. Und das ging bisher immer. Und das ging auch am Ostersonntag noch. Und dann haben wir am Ostermontag, als es langsam kühl wurde, im Wohnwagen erst wieder versucht. Und da ging die Heizung nicht an. Das war ziemlich doof. Und wir haben alle drei so ein bisschen gefroren. Also sowohl meine Frau, als auch der Hund, als auch ich haben ein bisschen geschlottert. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann hilft das nichts. Dann hat sich also meine Frau mit dem Hund auf das eine Bett gekuschelt. Und ich dann mit dem Schlafsack ins andere Bett. Wir hätten da wahrscheinlich noch mehr Körperwärme bunkern können, wenn wir alle drei in einem Bett gepennt haben. Aber das kann ich nicht haben mit dem Hund. Das ist mir zu unruhig. Und unser Hund hat auch so ein bisschen die Tendenz, dann mal so das Gesicht zu deinem Gesicht zu strecken und ein bisschen zu schlabbern. Und dieses Vieh hat einen unfassbaren Mundgeruch. Ich hätte wahrscheinlich kein Auge zugetan. Hätte mich dann irgendwann sowieso ins andere Bett gelegt. Also haben wir gesagt, überspringen wir diesen Teil und schlafen gleich in Anführungszeichen getrennt. Und nächsten Tag am quasi Osterdienstag sind wir dann losgefahren zum Baumarkt, haben gleich einen Heizlüfter gekauft. Strom ist ja pauschal auf dem Platz, das war also völlig in Ordnung. Und dann ging es auch mit den Temperaturen. War natürlich nicht ganz ohne. Also diese eine Nacht, also ich habe nicht gefroren, meine Frau glaube ich auch nicht so unbedingt. Aber wir haben dann später festgestellt, es waren doch minus zwei Grad in der Spitze. Und das, boah, also da waren wir froh, dass wir, dass unsere Schlafsäcke dann doch besser waren, als wir gedacht hätten. Ja, wir haben noch ansonsten einen Tagesausflug gemacht nach Stade. Das sind so, ja, ich würde sagen eine halbe Stunde, die wir da unterwegs waren. Richtig schönes Städtchen, sind da ein bisschen rumgelaufen, haben da auch noch, ich wollte mir auch aufschreiben, wie der Laden hieß, wo wir gegessen haben. Denn die waren wirklich sehr, sehr nett und haben wirklich gutes Essen gemacht. Weiß ich nicht mehr. Muss ich nochmal gucken. Wenn ich das nochmal finde im Internet, dann tue ich das in die Show Notes, weil das ist wirklich sehr empfehlenswert. Und ansonsten war es das im Wesentlichen auch mit Unternehmungen. Also abgesehen von Hundespaziergängen haben wir dann wirklich sehr viel Zeit im Wohnwagen verbracht. Das war auch der Plan, weil wir uns einfach mal beide so ein bisschen entspannen wollten, wollten mal Abstand gewinnen von der Arbeit, auch mal Zeit für uns haben. Das kommt gerade so ein bisschen kurz, weil wir einfach sehr viel arbeiten gerade. Und so haben wir dann zusammengesessen, haben ein tolles Würfelspiel uns gekauft in einem Laden. Also so ein Spiele-Set mit ganz vielen Würfeln drin, unter anderem ein Spiel namens Letra Mix. Das ist ja 13 Würfel, wo Buchstaben aufgedruckt sind und die würfelt, sondern dann hast du zwei Minuten Zeit, da so viele Wörter wie möglich draus zu legen. Nach Art eines Kreuzworträtsels, also die sollen dann auch schon miteinander verbunden sein, wenn es irgendwie geht. Und je nach Buchstabe kriegst du dann so ähnlich wie bei Scrabble ein paar Punkte. Das hat einen Heiden Spaß gemacht. Wir haben dann das auf die Spitze getrieben und haben gesagt, okay, wir spielen jetzt zehn Runden und wer die wenigsten Punkte hat, der muss dann abwaschen. Und, ah, war das harmonisch. Wir haben es tatsächlich geschafft, exakt die gleiche Punktzahl zu schaffen. Wir haben beide 231 Punkte gehabt und sind dann natürlich auch konsequenterweise zusammen abwaschen gegangen. Ja. Was wollte ich noch erzählen davon? Ach ja, ich habe ja diese Bluetooth-Boxen, das habe ich schon mehrfach erzählt. Die sind ja jetzt seit unserem TÜV-Termin auch endlich eingebaut und jetzt habe ich sie endlich mal ausprobieren können. Ich weiß jetzt inzwischen auch, warum ich mein Handy nach dem Einbau nicht direkt mit den Dingern verbinden konnte. Ganz einfach die Batterie an der Fernbedienung, die war leer. Und ich konnte also die Box nicht aus dem Standby-Modus aufwecken. Da musste ich also erstmal eine Batterie besorgen. Das ist so eine CR2025-Batterie, so im Prinzip so eine etwas größere Knopfzelle, die so auch in Fernbedienungen gerne mal zum Einsatz kommt. Inzwischen ist es so ungefähr so groß wie ein 20-Cent-Stück, ist die ein bisschen dicker. Gibt es normal in jedem Supermarkt, in den besser sortierten zumindest, keine Ahnung, was die kosten. Da gibt es immer so einen Zweierpack. Und da habe ich also erstmal eine kaufen müssen. Und ein Set Stopfnadeln. Weil nämlich, und das ist in meinen Augen ein ganz großer Nachteil an diesem Ding, an diesem Boxen, die Fernbedienung ist sozusagen aus einem Stück. Und dann ist auf der Rückseite so ein kleines Loch, wo du auch wirklich mit einer Nadel rein musst. Und dann drückst du mit dieser Nadel das gesamte Bedienfeld, also alle Knöpfe, die sind auf so einem kreisrunden Feld angeordnet. Und mitsamt dem Infrarot-Sensor drückst du aus dieser Fernbedienung raus und dann kannst du unten die Batterie rausfummeln. Hätte man wirklich, also das sieht sehr, sehr elegant aus und es liegt auch toll in der Hand. Und es ist halt so ein stabiles Stück Metall, was man da in der Hand hat. Und logischerweise, weil die eigentliche Fernbedienung wirklich nur dieses Nummernpad mit der Platine drunter ist. Aber es ist echt unpraktisch. Wer hat denn heutzutage noch Nadeln im Haus? So geht es ja schon los. Das habe ich mir also auch noch zugelegt, dieses nötige Zubehör. Als wir sowieso wegen des Heizlüfters unterwegs waren. Und dann konnte es endlich losgehen. Dann konnte ich die Dinger endlich mal ausprobieren. Und ich bin sehr zufrieden. Doch. Also nicht nur, weil ich es jetzt auch, weil ich auch zufrieden sein muss, weil ich viel Geld dafür ausgegeben habe, diese Lautsprecher jetzt überhaupt zu haben und sie auch eingebaut zu haben und so weiter. Das wäre richtig scheiße gewesen, wenn die jetzt nicht gut klingen würden. Das würde ich auch sagen, weil ich dann, glaube ich, auch echt stinkig wäre. Nee, die klingen richtig gut, gerade für Musik sind die toll. Also der Klang, wenn jetzt irgendwie, ich habe jetzt ein bisschen YouTube einfach gestreamt, weil wir sonst nichts dabei hatten. Also klingt richtig klasse, auch nicht zu laut. Das war auch so ein bisschen meine Sorge, dass man sozusagen da außerhalb, also die Nachbarn vielleicht stören könnte, aber gar nicht mal. Trotzdem kriegst du also eine schöne Lautstärke im Wohnwagen hin. Ähm, was mir aufgefallen ist, es ist ein Tick basslastig vom Klang her und, ähm, und das kann natürlich sein, dass es am, am Einbauort liegt. Es dröhnt auch ein kleines, klein wenig, so ein kleines bisschen. Und das, also wenn du, ähm, ich habe das gemerkt, vor allem beim Einschlafen-Podcast, da ist so ein leichtes Dröhnen in den, in den Basstönen drin. Und bei anderen, äh, andererseits, also ich habe, wer war das denn, auch irgendwie zwei Personal-Podcasts kurz hintereinander gehört. Und da klang es fast so ein bisschen, als würde sich eine Rückkopplung andeuten. Das, wie gesagt, kann, muss nicht unbedingt nur an den Boxen liegen, das kann auch sein, dass da vielleicht einfach die, ähm, der Abstand zur Wand des Wohnwagens irgendwas verursacht. Ich habe keine Ahnung. Oder dass irgendwelche Vibrationen von den Lautsprechern sich über die, äh, Füße auf das Regal, das Holz übertragen. Das da, was weiß ich. Das ist aber wirklich, also das ist Jammern auf hohem Niveau. Ähm, das ist nichts, was man nicht mit einer, mit der Lautstärkeregelung wieder hinbekommen kann. Ich muss auch mal gucken, man, da gibt es noch so einen, so einen Schalter, wo man, äh, zusätzlichen Bass ein- und ausschalten kann. Das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Das ist mir, der ist mir erst spät aufgefallen. Da hatte ich dann auch keinen, äh, ist irgendwie hängen geblieben. Ähm, ja, also gute Anschaffung. Ich werde da jetzt noch ein paar Bewertungen schreiben in den üblichen Portalen. Ähm, und vor allen Dingen auch auf der, auf der Seite, wo ich es gekauft habe. Denn, ähm, daran fehlt es gerade noch ein bisschen. Und, ja, dann, ach Gott, ja, die andere Sache. Oh Gott. Wir haben in einem, ähm, also das Wetter war, habe ich ja gesagt, nicht besonders gut. Es war nicht besonders warm, es war nicht besonders trocken, es war nicht besonders windstill. Ähm, und als es mal so ein, so ein, so ein bisschen aufhellte und wir gedacht haben, hey, das könnte noch was werden diese Woche mit dem Wetter, haben wir gesagt, komm, jetzt scheiß drauf, wir bauen mal das Vorzelt auf. Hatte ich ja schon mal mit einem, mit einem Kumpel zusammen einen Probeaufbau gemacht und gesagt, klar, weiß ich, wie das geht. Und, ja, scheiß ich was, hat, ähm, eher so mittelfunktioniert. Ähm, wir haben nicht, irgendwas haben wir falsch gemacht im Vergleich zum letzten Mal. Ähm, ich erinnere mich noch, dass, als wir den Probeaufbau gemacht haben, ich gesagt habe, Mensch, das wäre jetzt geil, wenn ich ein Edding hätte, dann könnte ich die Stangen mal so markieren, dass ich weiß, welche wohin gehört. Habe ich natürlich nicht. Und das hat sich jetzt auch ein bisschen gerecht. Ich glaube, wir haben einfach ein paar Stangen an die falsche Stelle geknuppert und dann war es in keinster Weise so, wie es sein sollte. Und das stand dann irgendwie, also wir hatten auf beiden Seiten ungefähr einen halben Meter zu viel Stoff. Der warf dann Falten, das sah einerseits nicht aus, andererseits stimmte das auch mit den Stangen in der Mitte nicht so richtig. Dann hing das so runter, der Regen sammelte sich da drin und haben gesagt, komm, bevor wir jetzt hier noch weiter rumhühnern, bauen wir es erstmal wieder ab und tun es erstmal in den Kofferraum. und haben dann abends, als wir nach dem Abendessen uns vor eine DVD gekuschelt haben, gesagt, weißt du was, wir hauen das Ding weg. Wir haben das kostenlos zum Wohnwagen dazubekommen, ohne Aufbauanleitung, ohne Garantie, dass das so richtig funktioniert. Und ich habe gesagt, wenn wir jetzt jedes Mal so rumhühnern und nochmal experimentieren sollen, ob das jetzt richtig ist und wie es dann funktioniert, das ist ja immer auf dem Campingplatz, bist du ja auch immer auf dem Präsentierteller. Und entsprechend haben wir, glaube ich, für ein deutliches Amüsement gesorgt bei unseren Nachbarn und haben da zwei Stunden rumgehext, bis wir dann am Ende völlig genervt und nee, also haben wir gesagt, das brauchen wir nicht mehr und dann besorgen wir uns jetzt irgendwas Neues. Haben dann auch mal so rumgeguckt, was es so gibt in verschiedenen Campingbedarfsläden, die man so online erreichen kann und da waren ein paar Sachen dabei, die grundsätzlich schon mal interessant waren, so von Form und Gewicht und dem ersten Eindruck und haben gesagt, na gut, also die lagen auch alle irgendwie einigermaßen in dem, was wir so als unser Budget bezeichnen würden, obwohl es da eigentlich haben wir noch nicht so richtig, wir wissen, dass wir deutlich weniger als 1000 Euro ausgeben wollen. Das ist aber auch so das Einzige, irgendwo ist dann halt so eine Schmerzgrenze, die jetzt noch nicht so richtig genau definiert ist, ob die jetzt etwas mehr oder etwas weniger nah an der 1000 Euro Grenze dran liegt, keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Aber dann fiel uns auch irgendwann ein, dass ja die Jungs von Camping Caravan Podcast und überhaupt auch alle, die ich so auch in der Nicht-Podcasten-Welt mit Camping in Verbindung bringe, dass die alle immer von Oberlink so schwärmen. Das ist ein ziemlich großer und ziemlich bekannter Campinghändler in Holland, in Wintersweig und da haben wir gesagt, lass uns doch da mal gucken und die haben ein paar sehr interessante Sachen in ihrem Online-Shop, wo wir aber auch gesagt haben, einfach so blind bestellen ist ja auch kacke und jetzt werden wir also im Juli ein Wochenende nehmen, wo wir Freitags nachmittags losfahren und dann sagen, ja gut, dann sind das halt irgendwie 5-6 Stunden, die wir da fahren und also werden wir wahrscheinlich eher mittags losfahren müssen und dann stellen wir uns da irgendwo hin, sind dann am Samstag einen halben Tag bei Oberlink, werden uns da ins Getümmel stürzen und uns ein paar Sachen angucken und wahrscheinlich dann völlig genervt und planlos entweder irgendwas mitnehmen oder gar nichts und dann fahren wir am Sonntag wieder gemütlich nach Hause und dann haben wir ein Vorzelt. Das muss ja nicht über die ganze Länge sein, das muss auch nicht die ganze Breite des Wohnwagens nochmal verdoppeln, sondern es reicht ja, wenn wir irgendwas haben, was weiß ich, so 3x3 Meter, wo der Tisch reinpasst und die Stühle, dass man halt ein bisschen noch zusätzlichen Platz gewinnt außerhalb des Wohnwagens. Das wird also noch ein Projekt werden, das uns dieses Jahr noch begleitet. Mal gucken, was da rauskommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Achso, dann noch eine Sache in dem Campinglein. Ich hatte ja gesagt, es gibt da Bier. Ja, habe ich auch, falls ihr mir bei Twitter folgt, habt ihr es vielleicht gesehen. Da gibt es unter anderem das Allgäuer Öko-Bier aus Sonthofen. Und das habe ich natürlich allein auch aus Nord-Süd-Gefällegründen mir gleich gekauft. Das war ein Lagerexport oder so, meine ich. Ein helles Export stand drauf. Und das war richtig lecker. Das konnte ich sehr gut trinken. Das mochte ich total gerne. Gab es in der 0,5 Liter Flasche. Gut, die haben es jetzt für 2 Euro Keks verkauft. 2,15 oder was. Mit Pfand allerdings also 2 Euro glatt. Und ja, gut. Ist halt so ein bisschen Craft-Bier-mäßig angehaucht. Und also einwandfrei. Gutes Bier. Kam mir sehr zu Pass. Ich hatte nämlich vergessen, welches einzustecken. Ist immer so ein bisschen so eine Sache. Willste, ich traue mich da manchmal nicht so richtig, dann Bier mit in den Wohnwagen zu tun. Weil ich Sorge habe, dass bei irgendeinem Schlagloch oder so da die Flaschen platzen. Und dann muss ich die ganze Soße aufwischen. Hätte auch nicht so einen Riesen-Bock drauf. Naja. Mein Computer hatte ich mit. Und zumindest einen Teil meines Audio-Equipments. Denn ich war auch noch eingeladen bei den Sprechweisen. Die sind am Freitag, den 21. nämlich 5 geworden. Und weil ich in Folge 43 der Sprechweisen mal zu Gast war, stand ich eben mit auf der Gästeliste für die große Geburtstagsgala. Zusammen mit Dotti war ich da zeitgleich, weiß nicht, war das denn so abends halb neun oder so. Sie haben auch live gesendet und sowas. Und irgendwann wird da vermutlich noch eine Aufzeichnung rausfallen. Und das war ganz aufregend. Denn ich sagte ja, es gibt da kein WLAN auf dem Platz. Und dementsprechend habe ich also mit meinem Handy ein WLAN aufgemacht. Und dann war ich über LTE und Skype mit den Sprechweisen verbunden. Quasi eine Viertelstunde vielleicht. Wir haben uns da so ein bisschen unterhalten, ein bisschen Quatsch gemacht, über Shazilu gesprochen. Und dann war es auch schon wieder zu Ende. Das ging ganz schnell. Ja. Ich gucke gerade mal. Ich weiß gar nicht, ob die die Folge schon veröffentlicht haben. Nee. Nee, ist noch nicht. Also es stand jetzt Montagnachmittag 15 Uhr ist die Jubiläumsausgabe noch nicht veröffentlicht. Müsst ihr einfach mal im Auge behalten. Sprechweisen.com Kann man auch gut einfach mal so abonnieren. Das ist ziemlich anarchistisch, was die veranstalten. Das ist ziemlich mitunter auch wilder Untenrum-Humor. Aber das kennt ihr ja von What's in your Pants. Das lohnt sich, bei den Sprechweisen mal reinzuhören. Und sei es nur, wenn ihr ein Abo dalasst, um mal meinen Auftritt da zu hören. Naja gut, das ist es im Wesentlichen. Diese Woche ist viel Recherche, viel Wahlvorberichterstattung. Am 7. Mai wird gewählt in Schleswig-Holstein. Und wir haben ein ziemlich strammes Programm uns ausgedacht, was wir abarbeiten wollen, um eben die Wahl vorzubereiten. Auch inhaltlich, um den Leuten die Position der Parteien nahe zu bringen und mal unsere geballten Möglichkeiten auszuspielen, die wir mit dem Landesfunkhaus des NDR in Schleswig-Holstein so haben. Ich finde, das ist ein ziemlich cooles Konzept. Und jetzt müssen wir es halt nur noch mit Leben füllen. Und da bin ich jetzt die Woche mit beschäftigt. Dann in der Woche vor der Wahl ist wieder Ü-Wagen gedöhnt. Das heißt, ich muss auch da noch ein bisschen recherchieren. Und zusätzlich bin ich auch noch Strohwitwer, weil meine Frau auf Fortbildung ist. Und bin dann also mit dem Hund allein. Ich habe mir eine ziemlich lange To-Do-Liste geschrieben. Und ich habe mir irgendwie in den Kopf gesetzt, ich möchte eigentlich meine Heizung selber reparieren. Ich habe schon in dem einen Laden, in einem Campingladen, in dem ich heute war, zufällig so einen Piezo-Zünder gefunden. Aber andererseits, ich habe keine Ahnung, es steht auch nicht dabei, wie man den einbaut. Und 18,50 ausgeben für den doofen Schalter, ohne zu wissen, ob der wirklich passt und ob ich den wirklich da reinkriege, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ist noch ein langfristiges Projekt. Wenn ich das nächste Mal losfahre, brauche ich wahrscheinlich keine Heizung. Und wenn, habe ich hier eine dabei. Das ist immer das, ach, ich muss dann nochmal gucken. Keine Ahnung. Das war es im Wesentlichen, was ich erzählen wollte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören und damit sage ich Tschüss. Bis nächste Woche, dann wahrscheinlich schon am Sonntag, statt erst, nicht erst am Montag, so wie ich jetzt heute das gemacht habe. Ja, planmäßig. Ach Gott, und dann ist ja auch schon, nach der Wahl ist ja auch schon Republika. Das heißt, in der nächsten Folge wird es dann schon darum gehen, welche Sachen ich angucken möchte bei der Republika. Was ich mitnehme dieses Jahr und, 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 und. Also da wird es dann auch wieder ein bisschen was zu hören geben, was mutmaßlich keinen interessiert. Das ist meine Spezialität. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und Tschüss, bis bald. Das ist meine Spezialität. Untertitelung des ZDF, 2020